Es wird vielleicht bei Ihnen den einen oder anderen wieder geben, der das kommentieren wird. Es ist auch Ihre Aufgabe, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Sie waren nicht im Kreis dabei. Und deswegen, so wie ich jetzt fühle, fühlen oft die Spieler. Ich glaube, die Mannschaft hat unheimlich gut gespielt, insbesondere wenn man sich die Situation ankommt. Sie hat sich nur nicht belohnt. Wie schwierig war es auf dem Platz für Sie gerade in den ersten Minuten? Äh, was ist das Spiel? Nein. Entschuldigung. Überhaupt kein Problem. Nein, das war, wenn die 3 Minuten war, war schwer. Und, äh, nachher geht's auch einfach los, ich weiß nicht. Aber, äh, war sehr schwierig. Aber, wenn man dann anfängt, dann geht's auch wieder. Aber, äh, ich glaube, wir haben alles versucht heute auch. Und, äh, aber es war, es war schwierig im Moment auf dem Platz, wo ich draufstehe. Unseren allergrößten Respekt, dass Sie gerade in dieser emotionalen Situation und, äh, mit einerºung Unterstützung ging. Untertitelung des ZDF, 2020